»Alicia, das ist Deborah, meine neue Frau, sie ist mit meinem Kind schwanger«, verkündete mein Mann unsensibel auf der Beerdigung unseres Sohnes. Ich war fassungslos und konnte meine Empörung nicht unterdrücken. »Bist du verrückt geworden? Wie kannst du das auf der Beerdigung deines eigenen Sohnes tun?« Dann antwortete er kalt, als ob der Moment keine Rolle spielen würde. »Es ist mir egal, dass er weg ist, ich habe bereits einen Ersatz für ihn gefunden. Meine älteste Tochter, die die Szene ungläubig beobachtete, begann nervös zu lachen und sagte mit trotziger Miene, »Der Junge kann nicht von Papa sein, denn seine Geliebte ist.« »Hallo, ich bin Alicia, ich bin 46 und die letzten anderthalb Jahre waren ein echter Albtraum. Ich habe meinen Sohn durch Krebs und meinen Mann durch seinen Betrug verloren. Vor kurzem wurde mir geraten, Dampf abzulassen, indem ich schreibe, also bin ich hier. Alles begann, als ich meinen Ex-Mann Gustavo an der Universität kennenlernte. Wir waren uns sehr ähnlich und hatten eine lange und glückliche Beziehung. Wir waren vier Jahre lang zusammen, bevor wir heirateten, und nach ein paar Jahren beschlossen wir, Kinder zu bekommen. Unser erstes Kind war ein Mädchen, Beatrice, und fünf Jahre später bekamen wir Miguel. Fünfzehn Jahre lang lief alles gut. Wir waren eine glückliche Familie mit festen Jobs, die es uns ermöglichten, bequem zu leben und für die Ausbildung unserer Kinder zu sparen. Eines Tages jedoch änderte sich alles. Miguel brach plötzlich zusammen, und ich bereitete gerade ein Sandwich für ihn vor, als ich ein Geräusch hörte und ihn bewusstlos auf dem Boden fand. Ich rief den Notdienst an, während ich ihn wiederbelebte. Der Krankenwagen kam schnell und wir wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach einer Reihe von Tests wurde uns mitgeteilt, dass Miguel Leukämie hat. Ich kann nicht beschreiben, wie erschüttert ich war, als ich die Nachricht erhielt. In den nächsten Monaten blieb ich mit Miguel im Krankenhaus. Während er sich einer Chemo- und Strahlentherapie unterzog, wurde er sehr schwach und musste im Krankenhaus bleiben. Ich verbrachte so viel Zeit wie möglich an seiner Seite, außer wenn ich arbeiten oder duschen musste. Beatrice war an der Universität und kam einmal im Monat nach Hause, um Zeit mit ihrem Bruder zu verbringen. Gustavo hingegen entfernte sich immer mehr, vertiefte sich in die Arbeit und ging der Situation aus dem Weg. Die Nachricht, dass Migyles Krankheit sich schnell ausbreitete und die Behandlung nicht anschlug, war niederschmetternd. Sie sagten, er habe höchstens noch einen Monat zu leben, und in dieser Zeit blieb Beatrice drei Wochen lang zu Hause. Ich nahm mir eine Auszeit von der Arbeit und verbrachte die ganze Zeit an Migyles Seite. Gustavo war jedoch ständig abwesend. Eines Tages bat Miguel ausdrücklich darum, seinen Vater zu sehen. Er flehte Beatrice und mich an, Gustavo ins Krankenhaus zu bringen. Gustavo, wo bist du? Ich bin bei der Arbeit, wo sollte ich sonst sein? Ich bin jetzt im Krankenhaus, kommst du nach der Arbeit her? Ich glaube nicht, dass ich kann, ich habe zu viel zu tun. Ich verstehe, dass du arbeitest, aber Miguel vermisst dich, er will dich sehen. Ich wäre gerne da, aber nach der Arbeit bin ich so erschöpft, dass ich nur noch schlafen will. Ich bin auch müde, ich habe seit Wochen nicht gut geschlafen, du wirst es bereuen, dass du keine Zeit mit Miguel verbringst. Meinst du nicht, dass mich das auch schmerzt? Ich möchte an der Seite unseres Sohnes sein, aber ich kann nicht, ich will nicht, dass er mich erschöpft sieht. Das ist Miguel egal, Gustavo, er will nur Zeit mit dir verbringen, das ist alles, was er will. Sag ihm, dass ich das nicht tun kann. Wie kannst du nur so unsensibel sein? Er hat es schwer und braucht dich. Warum schreist du mich an? Ich tue mein Bestes, aber so einfach ist das nicht. Ich arbeite auch, Gustavo. Wenn ich Zeit für Miguel finden kann, warum kannst du es nicht? Du kannst dir den Rest des Monats freinehmen und bei ihm sein. Das kann ich nicht, ich habe zu viel zu tun. Dieses Gespräch zeigte mir, wie distanziert Gustavo wurde, er war in Arbeit vergraben und schien mit der Realität nicht zurechtzukommen. Mein Herz brach noch mehr, als mir klar wurde, dass Miguel seinen Vater in seinen letzten Momenten nicht an seiner Seite haben würde. Ich rief Gustavo erneut an, weil ich dachte, dass er vielleicht die Dringlichkeit der Situation erkannt hatte, aber er antwortete ungeduldig. Warum rufst du mich schon wieder an? Ich bin beschäftigt. Miguel will dich sehen, er hat den ganzen Tag nach dir gefragt. Ich kann jetzt nicht weg, ich muss arbeiten. Dann legte Gustavo auf und ich starrte geschockt auf das Handy. An diesem Tag hatte Miguel nur einen Wunsch. Er wollte seinen Vater sehen. Gustavo verstand nicht, wie wichtig dieser Moment war. Er merkte nicht, dass ihm die Zeit davon lief. Ich versuchte noch einmal anzurufen, aber Gustavo ging nicht dran, also fand ich heraus, dass er mich blockiert hatte. Mit einem Kloss im Hals erklärte ich Miguel, dass sein Vater beschäftigt war und nicht kommen konnte. Beatrice war auch wütend auf mich, aber Miguel schien zu resignieren, was meinen Schmerz nur noch vergrößerte. Beatrice und ich taten unser Bestes, um Miguel auf zum Untern. Schließlich musste sie für eine wichtige Prüfung zurück an die Universität gehen. Sie entschuldigte sich bei Miguel, der ihr versicherte, dass alles in Ordnung sei. Beatrice versprach, so schnell wie möglich zurückzukehren. Leider starb Miguel drei Tage nach Beatrice' Rückkehr an die Universität. Ich war am Boden zerstört, die Beerdigung zu organisieren war eine mühsame Aufgabe, aber ich schaffte es. Schließlich gelang es mir, mit Gustavo zu sprechen. Er versuchte, seine Abwesenheit wettzumachen, aber seine Versuche schienen leer zu sein. Am Tag der Beerdigung verschwand Gustavo, ohne mir etwas zu sagen. Ich versuchte stundenlang, ihn zu erreichen, und als die Zeremonie beginnen sollte, tauchte er endlich auf. Ich ging zu ihm, besorgt und wütend. Endlich bist du da, warum hat es so lange gedauert? Warum bist du sauer? Ich war beschäftigt. Ich wollte dich hier haben, weil ich erschöpft bin und das hier sehr schwierig ist. Du warst schon immer so bedürftig, was ist nur los mit dir? Gustavos Gefühllosigkeit machte mich in diesem Moment sprachlos. Ich brauchte Unterstützung, aber er schien nicht in der Lage zu sein, sie zu verstehen oder anzubieten. Migüls Beerdigung war einer der schwersten Momente in meinem Leben, und Gustavos Kälte machte ihn nur noch schmerzhafter. Ich bin nicht unhöflich, ich bin nur geistig besser drauf, sagte Gustavo gleichgültig. Wovon sprichst du? Unser Sohn ist erst vor zwei Tagen gestorben, wer ist diese Frau? Fragte ich schockiert, als ich Deborah sah. Es ist mir egal, dass er nicht mehr da ist, ich hatte es satt, dass dieses Kind mir Probleme macht und viel Geld kostet. Ich habe eine Frau gefunden, die mit meinem Kind schwanger ist und es wird gesund zur Welt kommen. Was? Willst du mir das wirklich erzählen? Du betrügst mich auf der Beerdigung unseres Sohnes, wie kannst du nur so unsensibel sein? Ich dachte, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, es dir zu sagen, ich wollte dich sowieso verlassen. Du erzählst mir von deiner Affäre, während ich zutiefst traurig bin? Was ist daraus geworden, dass du immer für mich da warst? Ich habe dir von Anfang unserer Beziehung an gesagt, dass ich ein Kind will, du hast es mir geschenkt, also bin ich bei dir geblieben. Jetzt, wo Miguel weg ist und du keine Kinder mehr bekommen kannst, habe ich einen Ersatz gefunden. Was ist los mit dir? Mit mir ist nichts los, du bist zu emotional, sieh es ein, ich habe die Scheidungspapiere schon fertig und werde sie morgen zustellen. Das war's also? Du willst mich wegen einer anderen Frau verlassen? Du willst unsere 23-jährige Ehe wegwerfen? Sie ist nicht irgendeine Frau, ich bin seit über einem Jahr mit Deborah zusammen. Während ich mit Migyles Krankheit und seinem Verlust zurechtkam, hast du mich betrogen, vielleicht ist es besser, wenn du gehst. Ich will keinen Mann ohne Herz heiraten, ich brauche Menschen, die sich wirklich um mich kümmern. Die Bandbreite der Emotionen, die ich in diesem Moment empfand, ist unbeschreiblich. Ich schwankte zwischen Wut und Traurigkeit, zwischen Verrat und Hoffnungslosigkeit. Zusätzlich zu den enormen Schuldgefühlen und der Traurigkeit, die ich ohnehin schon empfand, musste ich nun auch noch mit Gustavos Verrat fertig werden. Mein Sohn war weg, ich konnte mein Baby nicht mehr in den Armen halten, es gab nichts, was ich tun konnte, um ihn in meiner Nähe zu behalten. Ich war mehr als wütend auf Gustavo, auch wenn es keinen Grund für sein Verhalten gab. Gustavo enthüllte seine Affäre auf Migyles Beerdigung, und ich weiß nicht, ob er mich demütigen wollte oder ob er wirklich unsensibel war. Ich beschloss, mich von ihm zu distanzieren, denn die Nähe zu ihm würde mir nur noch mehr Schmerz bereiten, und ich war mental nicht in der Lage, damit umzugehen. Etwa eine Stunde nach Beginn der Beerdigung kam Beatrice an. Ihr Flug hatte sich verspätet, und als sie ankam, war sie sichtlich erschüttert. Ich rannte zu ihr hin und umarmte sie mit aller Kraft. Beatrice und Miguel waren unzertrennlich und hatten viele Pläne für die Zukunft, und zu sehen, wie alles auseinanderfällt, war für sie niederschmetternd. Ich beschloss, Beatrice in diesem Moment nichts von der Scheidung oder Gustavos Affäre zu erzählen, da sie bereits so viel durchmachen musste. Hallo Mama, entschuldige die Verspätung, ich habe mein Bestes getan, um so schnell wie möglich hierher zu kommen. Kein Problem, Schatz, das Wichtigste ist, dass du hier bist. Ich fühle mich schrecklich, weil ich in seinen letzten Momenten nicht an Migüls Seite war. Mach dir keine Vorwürfe, du hast dein Bestes gegeben. Er hat dir einen Brief hinterlassen, du kannst ihn lesen, wenn du bereit bist. Das war sehr nett von ihm, ich weiß nicht, wie ich mit der Schuld und der Lehre umgehen soll, die ich jetzt fühle. Ich weiß, mein Schatz, aber wir können uns wenigstens damit trösten, dass Miguel nicht mehr leidet, er hat jetzt seinen Frieden. Wie geht es dir, Mama? Ich weiß, du hast dich um alle gekümmert, aber was ist mit dir? Mir geht es nicht gut, ich kann mich kaum noch zusammenreißen, ich will jetzt nicht darüber reden, aber es ist schwer. Was ist denn los, Mom? Warum? Können wir nach der Beerdigung darüber reden? Wenn wir allein sind. Beatrice, bitte lass mich auf meine Weise damit umgehen. Wenn ich jetzt darüber spreche, werde ich nur noch wütender, und das will ich nicht, wenn alle zusehen. Na gut, es tut mir leid, aber weiß Papa, worum es geht. Ja, er ist Teil des Problems. Was meinst du? Wo ist Papa? Ich weiß es nicht, ich habe ihn dort gelassen, wo er war, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ihn zu suchen. Habt ihr euch gestritten? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Streiten. Mama, wir sind auf Migyles Beerdigung. Beatrice, wir streiten nicht, es geht um etwas viel Ernsteres. Es ist egal, was zwischen euch beiden los ist, ihr seid meine Eltern, und ich brauche euch heute hier bei mir, lass uns Papa suchen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Bitte, Mama, ich habe einen fünfstündigen Flug hinter mir und habe zwei Tage nicht geschlafen, wir müssen heute zusammen sein. Beatrice gab mir keine Chance, es zu erklären, sie nahm mich an der Hand, und wir machten uns auf die Suche nach Gustavo. Als wir ihn fanden, sank mein Herz. Ich wollte ihn nicht sehen, geschweige denn mit ihm reden, aber ich wusste, dass Beatrice es brauchte. Papa, da bist du ja, wir haben dich schon gesucht. Endlich bist du da, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Warum sollte ich nicht zur Beerdigung meines Bruders kommen? Vielleicht, weil du deine Prüfung über das Zusammensein mit ihm gestellt hast. Beatrice schaute ungläubig zu Gustavo und dann zu mir. Ihr beide streitet aus Gründen, die ich nicht beeinflussen kann. Wir streiten nicht, Beatrice. Aber wirklich? Warum hat Mama mir dann erzählt, dass etwas wegen dir passiert ist? Gustavo seufzte und schaute auf den Boden. Alicia wollte dir nicht noch mehr Kummer bereiten, so wie du es bei mir getan hast. Was ist hier los? Kann mir das jemand sagen? Gustavo hob seinen Kopf und sah Beatrice an. Ich verlasse deine Mutter. Das kann nicht dein Ernst sein. Und wer ist diese Person? Das ist Deborah. Wir sind seit über einem Jahr zusammen und sie ist mit meinem Kind schwanger. Der Ultraschall hat bestätigt, dass es ein Junge ist. Jetzt kann ich endlich weiterziehen. Beatrice war schockiert, fing aber plötzlich an zu lachen. Warum lachst du? fragte Gustavo irritiert. Weil das Baby nicht von dir ist. Was redest du denn da? Kennst du die Deborah? Nein. Was ist hier los, Beatrice? fragte ich und versuchte, die Situation zu verstehen. Deborah studiert an meiner Universität. Mein Vater muss wissen, wer sie ist. Das wusste ich nicht. Beatrice, ist sie eine Freundin von dir? Ja, bis sie vor vier Monaten mit meinem besten Freund zusammen war und er herausfand, dass sie ihn betrügt. Mit mir unterbrach Gustavo. Ich weiß, und das kümmert dich nicht? Was für ein Mensch bist du, wenn du weißt, dass du dich in eine andere Beziehung eingemischt hast? Deborah versuchte zu unterbrechen und sagte, genug, Gustavo, lass uns gehen. Sie verstehen unsere Beziehung nicht und ich habe es satt, verurteilt zu werden. Natürlich willst du gehen, sagte Beatrice. Papa, die Person, mit der sie meinen Freund betrogen hat, warst nicht du. Was meinst du damit, Beatrice? fragte Gustavo verwirrt. Ich will damit sagen, dass das Baby nicht von dir sein kann. Deborah hat meinen Freund mit einem ihrer Kollegen betrogen. Sie wurde von ihm schwanger, aber als er nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte, ist sie zu dir gerannt. Das Baby ist das Kind des anderen Mannes, aber sie tut so, als wäre es von dir, weil sie weiß, dass du für sie und das Baby bezahlen wirst. Gustavo war schockiert, aber Deborah versuchte, die Situation zu kontrollieren. Komm schon, Gustavo, sie versucht, unsere Beziehung zu ruinieren, weil sie verletzt ist. Papa, vielleicht solltest du einen DNA-Test machen, bevor du das Kind als dein eigenes annimmst, schlug Beatrice vor. Ich war verblüfft über das, was Beatrice mir erzählt hatte. Ich habe nie an Karma geglaubt, aber es schien, als würde es direkt vor meinen Augen passieren. Gustavo begann zu zittern, als Beatrice die Wahrheit enthüllte, aber Deborah zog ihn schnell aus der Situation, bevor er sich noch mehr blamieren konnte. Später fragte ich Beatrice, ob das, was sie gesagt hatte, war wahr oder ob sie sich das alles nur ausgedacht hatte, um ihren Vater zu ärgern. Sie versicherte mir, dass alles wahr sei. Obwohl sie während der Beerdigung nicht viel Gefühl zeigte, wusste ich, dass sie innerlich verletzt war. Ich war dankbar, dass sie sich für mich eingesetzt hat, denn ich hasse Konfrontationen und Unhöflichkeit, selbst wenn ich mich dadurch selbst verletze. Ich war erleichtert, dass Beatrice die Stärke hatte, die ich nicht hatte, und Gustavo in seine Schranken wies. Viele Menschen waren Zeugen des Geschehens, auch wenn nicht alle die Details mitbekommen haben. Dieser Tag war eine Mischung aus Traurigkeit und Enthüllungen, aber zumindest kamen Beatrice und ich uns danach näher als je zuvor. Glücklicherweise kommentierte niemand die Situation in ihrem Haus, sie ließen Beatrice und mir Raum, um über den Verlust von Miguel zu trauern. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass mein Sohn weg war und ich obendrein auch noch meinen Mann verloren hatte. Wie konnte Gustavo nur so egoistisch sein? Was habe ich getan, um diese Behandlung in der schwierigsten Zeit meines Lebens zu verdienen? Ich fragte mich, ob ich nichtmals genug war, um mit dem Schmerz um ein krankes Kind umzugehen, und es vorzog, die Leere mit einem anderen zu füllen, aber das ist nichts, was ein Erwachsener tut. Nach der Beerdigung blieb Beatrice eine Woche lang bei mir. Wir umarmten uns, weinten zusammen und versuchten, uns an das Leben ohne Miguel zu gewöhnen. Wir sprachen darüber, wie unser Leben ohne Gustavo aussehen würde, und ich erfuhr, wie sehr Beatrice Deborah verachtete. Offensichtlich hatte sie eine Vergangenheit, in der sie fremdging und in vielen Beziehungen die andere war. Beatrice verachtete ihren Vater noch mehr, weil er mit einem Mädchen in seinem Alter zusammen war. Ich hatte nicht einmal darüber nachgedacht, aber als Beatrice Deborahs Alter erwähnte, konnte ich nicht anders, als einen tiefen Abscheu zu empfinden. Wie Gustavo gesagt hatte, erhielt ich die Scheidungspapiere am Tag nach der Beerdigung. Ich verschwendete keine Zeit damit, sie zu unterschreiben und zurückzuschicken, denn ich wollte nichts mehr mit diesem Mann zu tun haben. Und ich merkte, dass ich eigentlich ein bisschen erleichtert war, dass er aus meinem Leben verschwunden war. So konnte ich ein für alle Mal mit der Traurigkeit fertig werden, anstatt mit Schockwellen konfrontiert zu werden. Nach der Woche, die Beatrice bei mir verbrachte, ging sie zurück an die Uni, und ich blieb allein zurück. Es dauerte eine Weile, bis ich mich an die neue Einsamkeit gewöhnt hatte, aber ich schaffte es, wieder auf die Beine zu kommen, indem ich mich in die Arbeit stürzte und eine Therapie machte. Etwa zwei Wochen nach Migüls Beerdigung klingelte jemand an der Tür. Ich schaute auf die Kameraaufzeichnungen und sah, dass es Gustavo war. In diesem Moment spürte ich Wut in meinen Adern aufsteigen. Zuerst ignorierte ich ihn, aber er klingelte immer wieder an der Tür, also öffnete ich die Tür, ohne meine Verärgerung zu verbergen. Was machst du denn hier? Okay, was soll ich dagegen tun? Nichts. Ich wollte nur, dass du weißt, wie leid es mir tut. Ich wollte nur, dass du weißt, wie leid es mir tut. Zu sagen, dass es dir leid tut, ändert nichts daran, was du getan hast. Ich weiß, dass es das nicht tut. Ich fühle mich schrecklich und ich dachte, dass du dich nur dann besser fühlst, wenn du dich entschuldigst, aber es scheint, dass du mir nicht verzeihen willst. Ich schaute ihn an und konnte seine Dreistigkeit nicht fassen. Dir verzeihen? Während du mich betrogen hast, war ich diejenige, die Miguel getröstet hat, als er erfuhr, dass seine Krankheit unheilbar ist. Ich blieb über einen Monat lang mit ihm im Krankenhaus, schlief und aß kaum. Jedes Mal, wenn ich dich um Hilfe bat, sagtest du, du wärst beschäftigt und ich hätte niemanden, der mich unterstützt. Gustavo wollte etwas erwidern, aber ich fuhr fort, du hast Beatrice schlecht gemacht, weil sie nicht da war, und jetzt willst du, dass ich dir verzeihe? Du warst nie an Migüls Seite, als er im Sterben lag, aber du hast bequemerweise vergessen, dass du auch nicht da warst. Ich weiß, deshalb bin ich hier, um mich zu entschuldigen. Du warst eine unglaubliche Mutter für unsere Kinder, und ich habe es dir auf die schlimmste Art und Weise und zum schlimmsten Zeitpunkt heimgezahlt. Ich bin froh, dass du das wenigstens einsiehst. Ich weiß, dass du mir noch nicht verziehen hast, aber du könntest es. Ich würde gerne zu dir zurückkehren. So verwirrend es auch klingt, die ganze Zeit, in der ich mit jemand anderem zusammen war, konnte ich nicht aufhören, ihn mit dir zu vergleichen. Ich habe mich geweigert zu akzeptieren, wie sehr ich mein Leben ruiniert habe. Du warst wirklich die beste Frau in meinem Leben, und ich würde mich freuen, wenn du mich zurücknimmst. Es klingt verrückt, aber es gibt kein Universum, in dem ich dich zurücknehmen würde, wenn ich wirklich die beste Frau wäre, die du je getroffen hast, wärst du aufgetaucht. Du ekelst mich in jeder Hinsicht an. Ich habe noch nie einen heuchlerischeren Mann getroffen als dich. Du musst nicht so grausam sein. Dieses letzte Jahr war ein Albtraum für mich, und nicht ein einziges Mal konnte ich auf dich zählen. Und trotzdem hast du Migüls Beerdigung ausgewählt, um mir zu sagen, dass du nicht nur eine Affäre hattest, sondern auch, dass dir Miguel egal war, weil er für dich ersetzbar war. Ich hatte Schmerzen und konnte nicht klar denken. Ich leide auch, aber das gibt mir nicht das Recht, mit anderen Menschen zu schlafen und meinen Mann im schlimmsten Moment zu verlassen. Hör dir selbst zu und merke, wie verrückt du klingst. Bitte lass mich in Ruhe. Ich habe die Scheidungspapiere schon unterschrieben, wie du es wolltest. Ich will dich nie wieder sehen. »Alicia, bitte hör mir zu!« Dann knallte ich Gustavo die Tür vor der Nase zu. Ich konnte nicht glauben, wie dreist er war, nicht nur zurückzukommen, sondern mich auch noch zu bitten, ihn zurückzunehmen. Gustavo hämmerte noch eine ganze Weile gegen die Tür, bis er schließlich aufgab und ging. Ich war froh, dass er aufgab, denn ich dachte schon daran, die Polizei zu rufen. Nachdem er gegangen war, rief ich sofort Beatrice an. Ich erzählte ihr alles, was passiert war, und fragte sie, ob sie wisse, was genau zwischen Gustavo und Deborah vorgefallen sei. Beatrice erzählte mir dann, dass ihr Vater sie gezwungen hatte, einen DNA-Test zu machen. Zuerst war Deborah sehr zögerlich, sie versuchte alles, um Gustavo umzustimmen, aber als das nicht funktionierte, stimmte sie zu und machte den Test. Doch zur Überraschung aller war das Baby nicht von Gustavo. Er warf sie aus dem Haus. Er warf sie aus dem Haus, und sie ging weinend zu Beatrice, bestem Freund, zurück und versprach, ihm dieses Mal treu zu sein. Es war eine Erleichterung zu wissen, dass die Wahrheit endlich ans Licht gekommen war. Beatrice und ich unterstützten uns weiterhin gegenseitig und fanden Kraft und Trost in unserer Beziehung. Das Leben ohne Miguel und Gustavo würde schwierig sein, aber wir wussten, dass wir gemeinsam alles überwinden konnten. Ich konnte nicht glauben, wie sehr Deborah sich darauf freute, dass Beatrice Freundin ihr helfen würde, das Kind, das sie erwartete, aufzuziehen. Beatrice und ihre beste Freundin beschlossen, die Verbindung zu Deborah abzubrechen, und das war alles, was ich erfuhr. Ich war froh, dass Gustavos egoistische Handlungen endlich Konsequenzen hatten. Wir lernen die Menschen nur im Momenten des Schmerzes und der Schwierigkeiten wirklich kennen, und in diesen Momenten fallen die Masken und das wahre Gesicht kommt zum Vorschein. Der Rest unserer Familie, der bei der Beerdigung dabei war, fand heraus, was Gustavo getan hatte, und beschloss, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Eine Affäre zu haben war schon schlimm genug, aber sie auf der Beerdigung des eigenen Sohnes zu enthüllen und Miguel als Ersatzmann zu bezeichnen, war unverzeihlich. Danach wollte niemand in unserer Familie mehr Kontakt zu ihm haben. Durch einige gemeinsame Freunde erfuhr ich, dass Gustavo ein sehr einsames Leben führte. Er schien sehr deprimiert zu sein und konnte keinen Tag ohne Alkohol auskommen. Obwohl mein Herz über den Verlust meiner Beziehung schmerzt, weiß ich, dass ich jemand viel Besseres als Gustavo verdient habe. Ich werde mich immer an die guten Zeiten erinnern, die wir als Familie zusammen hatten, aber das war's. Er bedeutet mir nichts mehr, und so weh es auch tut, das zu sagen, es ist die Wahrheit. Unsere Scheidung ist immer noch im Gange und zum Glück macht Gustavo uns keine Schwierigkeiten. Er ist freundlich, und obwohl ich ihn am liebsten anschreien würde, weil er unsere Familie auf die schlimmste Art und Weise zerstört hat, bleibe ich höflich. Beatrice hat mich angefleht, eine Therapie zu machen, und obwohl ich skeptisch war, habe ich ein paar Sitzungen gebucht. Ehrlich gesagt, fange ich bereits an, die Heilung zu spüren. Ich weiß, dass ich in den letzten Monaten mehr durchgemacht habe als in meinem gesamten 46-jährigen Leben, aber egal, was von nun an passiert, ich werde stark genug sein, um es zu überstehen. Ich habe eine liebevolle Familie und Freunde an meiner Seite, und das reicht aus, um jeden Sturm zu überstehen. Ich habe eine liebevolle Familie und Freunde, und das reicht aus, um es zu überstehen, um es zu überstehen, um es zu überstehen, um es zu überstehen, um es zu überstehen.